Wir sind die Juniorinnen und Junior. Unser Highlight in der letzten Saison war der Meistertitel und der Goebsiege. Wir haben die letzte Saison dominiert, wir haben keine Niederlage in der Meisterschaft eingefangen und auch keine im Goebsiege. Unsere Stärken waren der Teamgeist, der Team Zusammenhalt und die Freude am Handball. Ein Team, ein Team, Karte von mir! Speziell war es sicher, dass wir in Kroatien im Trainingslager waren. Dort konnten wir uns besser kennenlernen, dadurch, dass wir eine ganze Woche lang zusammen waren. Auch in dieser Saison sind wir wieder das gleiche Team und unser Ziel ist ganz klar aufzusteigen. bis zum nächsten Mal.